hallo und herzlich willkommen hier eine weitere infrage hier hier ja gas geben das wird bald dunkel wird schon schummrig aber ich sehe nur ein abfahrer hier das ist schlecht so kommen wir fast durch das was trotzdem bauten fast bei einer nähe ist dann erreicht wird braucht wird nicht aber ricks wert ja die müssen weit fahren das ist das ganze problem über die brücke schon älger zu fahren bei einem fahrzeug bestimmt können feine älger mit ab lustig jetzt nicht tatsächlich vielleicht schon noch zwei kleine aber da oben geht bei einer lichtzeichen da oben da wohnt einer oder gar nichts wieder alles möglich komm zu mir ja ich muss rechtlich anmelden sonst kommt keiner aus ich glaube der ist voll oder die prozent könnte auch sein aber stärkung wir sind gerettet erstmal auf jeden post also was zu mir kommt die schrauben sind schlecht wenn man so auf der gas geht weiter ich bin echt an der hat weg Was kommt jemand? Das hat mir gedacht. Und die andere Richtung. Hier, Schäffert voran. Das mögen wir gar nicht gerne, wenn wir arbeiten gehindert werden. Soll ja vorausgehen, ne? Hänger hinterher. Wollen wir wegs? Naja. Naja. Immerhin 3 FPS mehr als vorher. Mit der ganzen Geschichte mit Mutz Wissen gemacht. Hat es ja heute. Oder Karten-Update kann auch sein. Das ist ja gerade mal ein Update. Kommt jetzt häufiger. Vielleicht wissen wir, dass Ende nahe ist. Aber wie gesagt, wenn die keine Produktion wäre, dann wäre das halt so, dann würde es auch so gehen, ne? Jetzt waren wir ja zum Mäusemelken hier mit dem Rückerzahn. Als wenn er sich einen Back eingerechnet hat. Übrigens, schön Samstag, ne? Wochenende. Der Sommer ist da, ne? Zum Glück noch nicht so heiß. Aber die Woche... Naja. In der Woche, wo ich jetzt die Aufnahmen mache, wird es heiß. Dann schauen wir weiter. Ah, juckt. Oh Gott. Das war's. Bevor es tau nass wird, ne? Ja. 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 Ich will erstmal fertig sein, dann mein Bart zurück ist der fertig. Ahren wir, wie es aussieht, sind alle Fahrer beschäftigt Zehnt das kein Vorher war die ersten Fahrzeuge, das kann auch sein Aber ich kann schon mal anwenden, ne? Das sieht alleine an aus, da ist noch nicht mehr drauf Da hast du auch schon gesehen 86% Naja, eigentlich unterwegs, ne? Ja, sieht gut aus, die anderen beiden fällt da schon mal runter Also fliegen rüber, da ist ja nicht weiter tragisch Uiui Schwäche Guck, eine Frage schaffst du noch Der ist morgen frei Ah, einkaufen Einkaufen fahren Können könnte ich Der steht auch und wartet Schlecht Ganz schlecht Ah, nächster da ab, ich gebe es ab Der nächste da ab, ich gebe es ab Ja Ah, das war Ich gebe esnodisch Ich gebe es jetzt wieder Ganz gefährlich ist der hier, über da rumgefahren zu werden. Oh, 99. Da steht nur einer, dass der Tank war. Der wird vor sein. Mal sehen, ob er auch vorbeikommt. Ich bringe dem vor. Ja, zu Recht. Das wäre schief gegangen. Wenn hier was rein geht, ich glaube eher nicht. Na, voll voll. Heißt, mal gucken. Bootsführer. Ja, wegen Anhänger. So doll gespannen wäre nicht schlecht. So was wäre nicht. 18,25. Oder hier sowas mit LKW. LKW haben wir auch noch da, ne? Ja. Ja, Silage. Aber hierfür erstmal nicht. Taktoren haben wir. Höchstens für kleine Anhänger. Hier sowas hier. Oder hier. Aua, Klee. Kostet sogar weniger, ne? Und der kann sogar mehr fassen. Von Gewicht her. 37. Und der hat. Ja. Von Gewicht her jedenfalls. Der hat 40 Kubik. Ah. 34. 33. Und der hat ja 18. Ja. 22. Da kann ich ja was 2 angehen. Aber 3. Wo sind die alle? Wo sind sie? Mal durchschalten, ne? Ja, da glaube ich hat ja schon noch 2. Die hätten wir schon noch. Einen da und einen beim. Die haben wir schon noch. Einen da und einen beim. Die werden ein bisschen schwach. Mit langen Strecken hier. Na, hier hat man nur einen, ne? Oh. Was hab ich gerade hier sehe? Oh, Stau am. Da sind die 2, die fehlen. Ich bin nicht mal abgefahren. Das ist so eine Aktion. Ich verstehe. Jetzt fahren die, äh. Weiß ich. Wie lange. Ewigkeiten, ne? Komm ich rein. Ja. Komm mal da an. Ja. Der kann dann gleich da reinfahren. Das ist ja Quatsch. So. Ich hab hier auch keinen Fall hier. Ja. Entschuld. Da brauchen wir nicht warten. Da warte ich jetzt ab, bis einer kommt. Und dann geht's hier weiter. Entschuld. So soll ich heute gewesen sein. Vielen Dank. Was ich einschauen. Tschüss. Tschau. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Restaufzeit und schönen Montagmorgen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020